So liebe Freizeitparkfreaks, nach einer verzächten Nacht im Kulturbahnhof in Kuba am Bahnhof 7 in Kempen, nach einer wunderschönen Rocktoberveranstaltung mit zwei richtig coolen Bands, sind wir heute für euch im...Tuberland! Genau! Anmoderation von unserer Maskottchen. Meiner ist ein bisschen Odd-of-Order, der ist fix und foxy und ja, wie gesagt, Jahreskarte-Verlängerung über das Abo-Modell hat super gut funktioniert. Außer, dass ich jetzt schon wieder am 14. wieder zahlen muss, wahrscheinlich weil das...Kommst du links noch? Ne, wir müssen da lang, weil da geht es zu den Pferden von Askarak. Ich bin so selten hier. Achso, ja, ich auch, weil meine Jahreskarte ja inaktiv war. Seit 2017 habe ich die, mit Lücken dazwischen, aber ja, das, was das Turvalent jetzt schon wieder an Merch rausgehauen hat, sieht man ja bezüglich der Jacke, wollte ich gerade schon sagen, bezüglich dem gestrickten Mützenzyklus, finde ich das richtig gut, besonders auch vom Dollhaus-Villa, ähm, wie heißt jetzt wieder, Villa Volta, genau. Mein Gott, man merkt echt, die Nacht war verzecht, also Sprachdefizite sind hiermit bitte zu entschuldigen. Wir haben auch noch nicht gefrühstückt, nichts. Wir sind quasi um 7 Uhr erst ins Bett. Um 9 Uhr wurde ich wieder angerufen, also dementsprechend, ich bin komplett raus, also dementsprechend, man kann nicht mein Schlagzeug abholen. Ähm, richtig, richtig gut. Besonders, man weiß ja eigentlich, dass wenn man in der Gastronomie noch als Band vor Ort war, dass die Techniker nicht vor 6, 7 Uhr im Endeffekt im Bett sind. Aber egal, äh, wir rocken das jetzt. Wir werden jetzt erst mal ein Halloween-Burger essen gehen. Ich hoffe, dass es noch gibt. Ja, ich bitte drum, weil ich brauche jetzt Fleisch. Ja, und äh, die Maces, wir haben gebucht wie folgt. Äh, Dollars, dann haben wir Witches Forest und, äh, You are mine. Genau. Drei Stück, ganz quickie, entspannt für den Abend, schön aufgeteilt. Jeweils immer eine Stunde dazwischen. 18, 30, 19, warte mal. Äh, ne, 18, 30 ist die erste. 18. 30 ist die nächste. Äh, ne, gar nicht. Siehste? Er kommt auch schon durcheinander. Äh, ne doch, 20, 30. 20, 30 ist die nächste. Äh, äh, und dann kommt, glaube ich, nochmal um 21, 30. Genau. Passt ja. Schön getaktet. Schön getaktet dazwischen können wir noch was essen. Passt. Wir machen heute einen entspannten Aufenthalt. Rentner Day. Ja, ich darf es ja schon sagen. Ich bin ja schon über 40. Und jetzt versuche ich erstmal keinen Wortwindungsfehler mehr einzubauen. Das kann man heute echt vergessen, glaube ich. Ich bin da auch, glaube ich, definitiv raus.de. Auch wieder coole Deko. Ja, auf jeden Fall werden wir noch ein paar 360-Grad-Aufnahmen, werden wir das schaffen. Es ist noch nichts versprochen, weil wir machen heute echt entspannt von Phoenix und von Treumachen. Aber wie gesagt, ich kann für nichts garantieren, was auf dem Kanal auftaucht. Und taucht auf dem Kanal auf. Und schöne Grüße nochmal und an die tollen Mitwirkenden von ParkTube bezüglich der Maze. Ich habe das heute gesehen, richtig, richtig gut. Ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß. Ja, bloß keinen Platz machen. Ja, dementsprechend, ja, mein Gott, was für ein Andrang hier. Vor, zurück, links, rechts, oben, unten. Ja, vielleicht. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube, Twitch. TikTok und Spotify. Check it out.